Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute mal wieder die Melanie für einen Drucktest mit dabei. Die kennt ihr ja vielleicht noch aus meinen anderen Videos. Ich verlinke euch die Videos mal unten in der Infobox. Da ging es einmal um den Christfellsattel, da haben wir den getestet. Heute testen wir das Barefoot Ride-On Physio Pad und das Harry's Horse Ride Pad. Ja und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hier einmal beide Pads im Vergleich. Auf der linken Seite das Barefoot Ride-On Physio Pad, momentan für einen Preis von ca. 200 Euro zu bekommen. Und das Harry's Horse Pad auf der rechten Seite, momentan für einen Preis von ca. 80 Euro zu bekommen. Je nachdem, wo ihr gerade bestellt. Testen tun wir auch heute wieder mit dem Impression Pad. Ich verlinke euch die Internetseite vom Impression Pad auch mal unten in der Infobox. Da bekommt ihr alle weiteren Informationen dazu. Wir starten hier mit dem Harry's Horse Pad. So schaut es aus. Jetzt zeige ich euch nochmal die Unterseite. Das ist so ein Waffelneopren. Wenn ihr mehr Details erfahren wollt und sehen wollt, schaut euch auf jeden Fall meinen Erfahrungsbericht zum Harry's Horse Pad an. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Hier satteln wir einmal im Schnelldurchlauf. Ich wollte euch hier einmal zeigen, wie es ohne Impression Pad auf meinem Tinker liegt. In den Reizsequenzen haben wir das Impression Pad drunter. Nur dann habt ihr jetzt schon mal eine Vorstellung, wie das Pad eben ohne irgendwelche Unterlagen sonst auf meinem Pferd liegt. Hier nochmal von hinten. Obwohl keine Unterlage drunter ist, ist die komplette Wirbelsäule frei. Das Impression Pad liegt mittlerweile drunter. Ich steige natürlich wieder vorsichtig von einer Aufstiegshilfe auf. Hier zeige ich euch jetzt mal, wie das Impression Pad drunter liegt. Einmal von vorne und einmal auch von hinten. Man kann hier vielleicht sehen, dass trotz, dass ich drauf sitze, die Wirbelsäule immer noch schön frei ist. Was mir hier beim Videoschneiden aufgefallen ist, hier sieht man jetzt nochmal den Gurt. Ich habe ja gesagt, dass ich die Patches eigentlich nicht benutze, aber hier sieht man, dass die Haare da doch so ein bisschen eingeklemmt werden. Also ich werde sie beim nächsten Mal reiten auf jeden Fall dran machen. Hier fange ich den Kenny an, langsam warm zu reiten. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein bisschen nach hinten kippe. Ich denke mal, das lag am Impression Pad. Das Gefühl habe ich nämlich sonst eigentlich überhaupt nicht. Ich habe das Pad natürlich in allen drei Gangarten getestet, damit das Druckergebnis auch eben gut aussagekräftig ist. Also ich bin gut eine Dreiviertelstunde damit geritten. Hier habe ich Kenny natürlich erst warm gemacht. Also er war noch nicht so ganz so locker. Das sieht nachher beim Barefoot Pad natürlich ein bisschen anders aus. Klar, da ist ja natürlich auch schon eine Dreiviertelstunde gelaufen. Also man sollte jetzt nicht darauf achten, wie das Pferd läuft. Es geht wirklich nur um den Drucktest. Auch hier im Galopp. Hier war mein Sitzgefühl auch echt ein bisschen merkwürdig. Aber das muss wirklich am Impression Pad gelegen haben. Also ich bin nämlich den Tag danach nochmal geritten. Und ja, da war es eigentlich wie immer. So, jetzt sattel ich hier mal ab. Es kamen mal die Fragen bei meinem Fellsattel-Video, wie ich denn abgestiegen bin. Ja, natürlich bin ich ganz vorsichtig abgestiegen. Ich habe das jetzt extra nicht hier ins Video geschnitten, weil das Video sonst einfach zu lang geworden wäre. So, der magische Moment. Ich nehme das Pad hier ab. Wir schauen aufs Impression Pad und wir sehen keine Druckstellen. Wirklich ein super Ergebnis. Hier halte ich das Pad jetzt mal gegen die Sonne. Man sieht hier, ja, wo ich gesessen habe. Aber es sind definitiv keine Druckspitzen, keine Druckstellen. Also wirklich ein gutes Ergebnis. Ich blende hier euch nochmal zum Vergleich das Druckergebnis vom Christfellsattel ein. Hier sieht man ganz klar die extremen Druckspitzen, die da entstanden sind. Also so sollte es auf keinen Fall aussehen. So, hier das Barefoot Ride-On Physiopad. Einmal auch von unten. Auch da nochmal. Ich habe ein separates Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Da seht ihr Detailaufnahmen und auch alle weiteren Infos dazu. Auch hier mal eine Nahaufnahme, wie es ohne Impression Pad auf Kenny liegt. Auch hier ist die Wirbelsäule wirklich schön frei. Ich habe jetzt noch ein separates kleines Pad da drunter, das ja zu dem Physiopad dazugehört. Und hier auch noch einmal von hinten. Aufsteigen. Wieder vorsichtig mit Aufstiegshilfe. Das Impression Pad liegt mittlerweile drunter. Ihr könnt es auch da schon sehen. Hier nochmal eine Nahaufnahme. Trotz, dass ich drauf sitze, ist Widerriss und Wirbelsäule wirklich schön frei. Hier auch nochmal eine Nahaufnahme in der Bewegung. Also der Sitz war wirklich, wirklich gut. Ich habe mich da auch sehr sicher drauf gefühlt. Ich habe den Kenny auch wieder in allen drei Gangarten geritten. Auch wieder eine gute Dreiviertelstunde lang, sodass wir den Drucktest eben auch gut auswerten konnten. Er ist hier natürlich jetzt auch deutlich lockerer. Das liegt aber nicht an den unterschiedlichen Pads, sondern es liegt einfach daran, dass er jetzt hier schon eine gute Stunde geritten wird. Also wirklich schön warm ist. Vom Sitzgefühl her fühlte ich mich auf dem Barefoot Ride-On-Pad ein bisschen wohler. Es war ein bisschen weicher, aber es kann natürlich auch daran liegen, dass mein Harry's Horse Pad nun jetzt schon anderthalb Jahre geritten wird und das Ride-On-Pad komplett neu war. Hier habe ich ihn jetzt noch ein bisschen auskühlen lassen. Er musste ja ordentlich arbeiten den Tag. Wieder vorsichtig absatteln. Und hier kann man jetzt auch sehen, dass wir auch hier beim Barefoot Ride-On-Pad keine Druckspitzen im Pferd hatten. Also alles super. Hier auch nochmal das Impression Pad gegen die Sonne gehalten. Wie man sieht, sieht man kaum was. Das ist also auch hier, wie gesagt, das super Druckergebnis. Was auf jeden Fall auch nochmal zu sagen ist, ich habe das Harry's Horse Pad ohne separate Unterlage getestet. Das heißt für mich im Ergebnis, dass beide Drucktests, ob jetzt Physio-Variante oder einfache Variante, sehr, sehr gut waren. So, das war unser heutiger Test. Also ich bin ganz zufrieden. Ich finde beide Pads wirklich gut. Ich verlinke euch nochmal. Hier unten in der Infobox habe ich ja schon zwei Videos gemacht, wo ich beide Pads mal vorstelle. Da seht ihr auch Detailaufnahmen und so weiter. Die könnt ihr euch ja mal anschauen. Und wie gesagt, für mich, also ich fand beide wirklich, wirklich gut. Das Barefoot Pad, finde ich ja, ist ein bisschen besser zu sitzen. Aber vom Druckergebnis her bin ich echt zufrieden, oder? Ja, also es ist jetzt so, dass wirklich man sieht nur halt, wo man gesessen hat. Das ist ja auch okay. Irgendwo muss das Gewicht ja hin. Aber es wird halt bei den Sätteln doch fast besser verteilt als beim Fellsattel. Obwohl, das ist ja kein Sattel, in dem Sinne ein Pad. Da muss man dann halt nur gucken, mit der Unterpolsterung, wie bei dem Barefoot Pad, ist es halt von Vorteil, wenn das Pferd eher unbemuskelt ist. Ich sage jetzt mal, auf Deutsch gesagt, knochig. Dann ist es doch von Vorteil, das noch drunter zu packen. Einfach auch für die eigenen, für den eigenen Komfort. Aber ansonsten kann man die Pads eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Ansonsten sollte man aber auch das im Zweifel immer mal selber am eigenen Pferd nochmal mit so einem Druckpad testen. Also entweder Impression Pad oder Carola Pad. Dann ist man sicher. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch nochmal Melanies Seite unten in der Infobox. Sie kommt gerne zu euch und macht mit euch diesen Test. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Oder dem Video einen Daumen hoch, gebt mir natürlich auch. Und hier oben könnt ihr mich halt auch gerne abonnieren. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hier könnt ihr jetzt einfach auf die einzelnen Bilder klicken. Entweder zum Barefoot Test Video oder zum Harry's House Test Video. Oder abonniert doch einfach meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Folgt mir auf Facebook oder schaut einfach mal auf meinem Kanal direkt vorbei. Tschüss. 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 Tschüss.